Dimas Völk! Hallo Freunde! Heute zeige ich Jokal und da ist mein Buch und da ist mein zweites Buch und da sind Münzen. Cool. Ja, cool. Schau mal an, oder? Ja. Schau mal die Münzen an. So, das sitzt hier, das muss hier gehören. Aha. Und das da muss hier, wo das Geld ist. Okay, dann mach mal. Ja, wir haben nichts für sie, denn wir haben keine Uhr. Ja, die Uhr müssen wir jetzt noch holen, oder? Aha. Und die kann man da so reingeben? Hä? Diese Münzen kann man so da reingeben? Ja. Bei Uhr. Mach mal. So da. Cool. Das gehört nicht hier. Da ist das. Der sollst du. Und das ist er. Okay, und die anderen? Zeig mal, wie man das rauftut. Ähm, da ist nichts. Da ist ausgehört, aber das gehört nicht. Aber ich muss rein tun. Okay, mach mal alle rein. Okay, mach mal alle rein. Papi. Und zwei. Wie viele sind das genau insgesamt? Acht. Acht. Oh, dann hast du ja so viele. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Dann hast du ja so viele Ersatzkei-Münzen. Mhm. Ich bin gut. Mhm. Das ist nur so. Okay. Und diese, wenn es da, eine fehlt noch. Und dann kann man es im Buch rein tun. Zeig mal das andere Buch. Mach mal zu. Zeig mal das andere Buch. Sag mal, sag mal, wie alle heißen. Okay, schauen wir mal. Danke. Ich glaube, das sind... Jetzt da. Soll ich dir was sagen? Ja, da ist er. Soll ich dir was sagen? Sag mal, wie sein Name heißt. Warte. Der heißt... Deine Finger weg. Cipanian. Ja, da. Castellan 2. Rambi Sambi. Opa Gusto. Wunderville. Maxi Malefiz. Dörte. Ja. Dörte. Schagunian. Amnesimon. Kneiferer. Das ist Kneiferer. So, das ist Kneiferer. Ja, genau. Und haben wir noch Meermassler. Was? Das. Das. Ja, ja. Und dann noch Steresma. Jetzt tust du mal diese Buch von dir, tust du mal da rein in die Mappe. Mach mal auf. Mal so an. Das habe ich ausprobiert von Mecki. Was? Das habe ich ausprobiert von Mecki. Das habe ich ausprobiert von Mecki. So und jetzt machst du da auf, wenn du es nicht... Was ist das? Mach mal auf, diese Mappe in der Mitte, mach auf. Genau. Und dann dieses Buch, genau. Oh, ich möchte sie behalten. Und zeig noch mal. So, da was steht's. Cool. Und da? Ist das japanisch? Ich glaube, nein. Was steht japanisch? Da ist I. Wie? Da ist I gerade. I, I. So, I. I? Okay. D? Wo steht da D? D. Ich hab nicht D gesagt. Was hast du sonst gesagt? Nichts. Okay. Und abonnieren. Nichts vergessen. Bye, bye.